Inshallah, also machen wir das auf Arabisch, Inshallah, da machen wir das auf Deutsch, damit du auch verstehst, was es bedeutet. Du musst bezeugen, bezeugen kannst du nur, indem du es weißt. Also ich werde dir das auch was begeben, okay? Also auf Arabisch sagt man, Ich bezeuge, dass es keinen anbietungswürdigeren Gott gibt, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein letzter Diener und Gesandt ist. Taqbir! Allahu Akbar! Neue Sache nochmal, Schwester. Erstmal, ich heiße dich willkommen. Ich möchte wissen, kannst du sagen, hat dich jemand gezwungen, dass du den Islam nimmst oder jemand unter Druck gesetzt, dass du den Islam annimmst? Nein, ich habe bei der Cousine die Sache in den Islam begetreten und schon seit dem Sieben bin. Also hast du das aus freien Entscheidungen gemacht? Ja. Alhamdulillah, 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 jetzt bist du offiziell unsere Geschwester. Wenn wir Allah nicht festigen, wir geben inshallah auch jetzt gleich die Bücher für die Lehre, die was funktioniert. Denk mal, die Schwester kann dir auch dabei helfen. Auf jeden Fall, dass die Geschwester bitte nicht vergisst, also nicht so lässt. Du hast Freunden, die du mit dir bist. Bitte immer mit dieser Freude rein. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jetzt frage ich dich nochmal, wie fühlst du dich genau jetzt? Das ist das, was ich dir meine. 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 Das ist das, was ich dir meine.